Große Ehre für Lahm. Der Weltmeister soll offenbar Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden. Das berichtet die Sportbild. Damit würde der 30-Jährige in einer Reihe mit Uwe Seeler, Fritz Walter, Lothar Matthäus und Franz Beckenbauer stehen. Den Vorschlag will nach Informationen der Zeitung DFB-Präsident Wolfgang Niersbach einreichen. Die Zustimmung für Lahm beim DFB-Bundestag 2016 in Erfurt ist wahrscheinlich. Lahm hatte nach 113 Länderspielen und dem Gewinn des WM-Titels im Juli seinen Rücktritt aus der DFB-Elfe erklärt. Berthold glaubt an Köln. Mit seiner Kolumne auf sport1.de räumt der 49-Jährige dem 1. FC Köln gute Chancen zum Klassenerhalt ein. Sie hätten die 2. Liga dominiert und wenn sie an die Leistungen von da anknüpfen würden, würde es auch in der 1. Bundesliga etwas werden, sagte der Weltmeister von 1990. Der Klub kenne die Liga. Er wisse, was ihn erwarte und er habe die Euphorie der Fußballstadt Köln, die von Leuten wie Peter Stöger und Jörg Schmadtke in die richtigen Bahnen gelenkt werde, erklärte er. Thiago kündigt Comeback an. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Bayern steht womöglich früher auf dem Platz als gedacht. Er wolle in vier bis fünf Wochen wieder spielen, sagte der Spanier am Dienstag. Der 23-Jährige hatte sein Debüt nach seinem Innenbandriss im Knie wegen falscher Behandlung in seinem Heimatland verschieben müssen. Zuletzt wurde über eine Rückkehr erst im Oktober spekuliert. Müller verzichtete auf viel Geld. Bayerns Offensivspieler hätte bei einem Wechsel vom Rekordmeister deutlich mehr Geld verdienen können. Das sei ihm bewusst gewesen, erklärte der Weltmeister. Die Summen, die da von ausländischen Klubs im Raum gestanden hätten, wären schon astronomisch gewesen, erklärte der 24-Jährige. Ein Wechsel sei aber nie wirklich ein Thema gewesen. Müller hatte vor der WM seinen Vertrag an der Isar bis 2019 verlängert. Bayer verrät Augsburgs Erfolgsgeheimnis. Für den 30-Jährigen ist die gute Stimmung und der Teamgeist der Mannschaft das Erfolgsrezept des Vereins. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga hätte es hier nur gute Stimmung gegeben. Ruhe von oben und eine mannschaftliche Geschlossenheit. Es habe sich nie einer über den anderen gestellt. Das sei bis heute so, sagte er im Sport1-Interview. Zum Bundesliga-Start trifft der FCA am Samstag auf Hoffenheim. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020